Herzlich willkommen alle Freunde des Schnitzens. Heute gibt es wieder eine neue Figur, einen Scherenschleifer. Schön, dass du mit eingeschaltet hast. Für mich war heute ein wundervoller Schnitztag, denn ich darf gerade einen Rahmen restaurieren. Da habe ich Teile ersetzt, dazu gibt es aber in der nächsten Woche mehr. Heute wieder eine Figur. Ich schnitze einen Scherenschleifer. Ich kann mich recht herzlich bedanken für diesen Auftrag, was ich da wieder Schönes machen durfte. Also auch vielen Dank für die Leute, die an sowas Freude haben und sowas in Auftrag geben. Wenn du sowas machen willst mit mir gemeinsam, dann kontaktiere mich natürlich gerne. Und am Video findest du den Kontakt über die Webseite. Ja, dann viel Spaß beim weiteren Verlaufen diesem Video und Film ab. Die Figur ist bereits grob angelegt. Mein Assistent hat also schon 80% der relevanten Masse entfernt ausgesägt, grob rausgehauen. Jetzt tue ich das im Grunde genommen noch durcharbeiten und eben die relevanten 20% bearbeiten, was mich jetzt also wirklich sehr, sehr interessiert. Und eben diesen bildnerischen Ausdruck da hineinlegen, dass eben dieser Kontrapost schön rauskommt, dass ich jetzt eben auch diese Volumen schön eingrenze. Das heißt, dass der Arm eben ja möglichst die richtige Länge bekommt. Man kriegt es ja bei den kleinen Figuren oft nicht so gut hin. Das heißt, man schneidet was weg und dann tut man ringsherum wieder arbeiten und merkt plötzlich, man muss dieses Maß nochmal korrigieren und nochmal, weil eben die ganze Form immer enger wird und man sich immer weiter rantastet und man arbeitet die Hand aus und merkt plötzlich, man muss diesen Ärmel doch noch weiter anpassen. Also das ist jetzt eben die Arbeit, wo alles zueinander fließen muss und ich das zueinander ausgleiche, wie ich so schön sage, eben dieses Durcharbeiten. Dafür ist diese Figurenschraube natürlich wunderbar, weil ich es immer ringsherum drehen kann, immer schön drehen, in Bewegung halten das Ganze. Wenn man in der Handschnitts hat man eben den Vorteil, dass man da auch wunderbar drehen kann. Die Figurenschraube ist aber wesentlich sicherer, weil ja in der Hand eben auch viele Sehnen sind, die man sich da verletzen könnte. Ich arbeite jetzt hier an dem Gesicht. Man sieht da also auch einige Schnitte und die grundlegende Anlage, wie ich sie in anderen Videos immer wieder erklärt habe, konnte man da gut sehen. Ich arbeite jetzt zum Beispiel hier mit dem Hohleisen, mit dieser Technik und ziehe eben sofort diese bedeutsamen Formen hinein und dann passe ich den Rest mehr oder weniger an, könnte man sagen. Und das mache ich hier diesmal in einem frühen Stadium, dass ich eben so eine lebendige Schnittigkeit an dieser Figur erst einmal erhalte, sprich mit gröberen Schnitten die Kleidung forme, dann das Gesicht einen Schritt weiter gehe und dann alles andere genauer mache. Wenn mir das Gesicht jetzt gut gefällt, kann ich dann den Rest schnell sauber schnitzen. Man kann die Anlage Schnitte zum Teil stehen lassen, bei so einer kleineren Figur, soll ja auch nicht überteuert werden. Und dann schnitze ich noch bestimmte Kanten sauber und arbeite jetzt hier diese kleinen plastischen Formen im Gesicht eben genauer aus, dass ich dann wieder Flacheisen benutze und mir jetzt das natürlich noch etwas besser eingrenze. Man kann eben auch die Form sich hier zur Nutze machen, der Werkzeuge, dass ich die Wange, die außen schön rundlich ist, mit der Innenform des Eisens absteche bis zum Ohr, was ja dann natürlich logischerweise etwas weiter heraustritt. Umrande schön die Oberlider und zum Hut hin natürlich auch eine schöne Hinterschneidung einarbeiten. Ich werde nicht einfach nur gerade an den Kopf gehen lassen, sondern einen leichten Bogen nach oben reinschneiden, dass man da schön Plastizität gewinnt. Auf jeden Fall versuchen immer diese Formen so leicht zu hinterschneiden. Und jetzt werde ich eben wesentlich genauer. Ich sehe den Mund schön genaue Schnitze. Und unten hat er eben auch am Hals, so sieht man vom Kehlkopf ab, zwei so markante Falten. Das ist jetzt individuell bedingt. Man sieht, dass ich hier bei einem Auge hätte noch tiefer gehen können. Manchmal sind diese Falten, die das Auge umschließen, aber im Alter dann irgendwie so lavede, dass sie nicht mehr richtig nach hinten wegziehen, sondern eben auch manchmal nicht voll plastisch erscheinen. Und natürlich muss man das bei so einer kleinen Figur, ist es jetzt nicht, wer weiß, wie relevant. Wenn sie größer wäre, hätte man das noch besser rumziehen müssen. So wie der Mund, der ist schöner als das Auge. Muss ich mich jetzt hier selbst mal kritisieren. Und ja, dann schneide ich jetzt natürlich mehr oder weniger sauber, dass ich so ein bisschen durcharbeiten und sauber schneiden gleich einmal verbinde. Lässt sich natürlich gut machen mit so einem Flacheisen. Da kann ich mal noch ein bisschen was wegformen, aber auch gleichzeitig die Form glätten und mal abstechen. Und diese Hand war wirklich kompliziert, weil diese um die Schere sich windenden Finger sehr schwierig zu gestalten sind. Die Hand fast schon schwieriger, wie so ein Gesicht ist. Und jetzt fragen sich vielleicht manche, ist diese Schere kaputt oder zusammengeklappt? Nein, die wird also vom Scherenschleifer auseinandergebaut und dann immer nur die eine Hälfte geschliffen, weil er sie sonst auch gar nicht bearbeiten kann. Ja, mit der Schublehre auch die Hände ein bisschen abmessen. Eine Hand ist eben so lang wie ein Gesicht. Mit Sicherheit hätte man das noch weiter ins Detail treiben können und die Hände noch genauer machen können, weil die eben auch sehr, sehr markant sind. Da hätte man hier noch ein bisschen schlanker schnitzen können. Insgesamt muss so eine Figur irgendwie auch als Skulptur wirken. Wenn ich jetzt radikalen Naturalismus erzwingen möchte, dann würde das nicht mehr in einen Volkskunstcharakter reinpassen, wohin diese Figur ja auch bestimmt ist, weil die ins Erzgebirge geht. Und da muss die eben auch in den Kontext dieser Volkskunst irgendwie mit reinpassen. Deshalb hat sie auch so eine besondere Haltung, die an einen Bergmann auch erinnert. Ja, dass man eben auch noch diese traditionellen Bezüge da hat, dass eben so eine selbstbewusste Körpersprache soll hier auch rüberkommen. Es ist interessant, diese Falten kann man eigentlich recht einfach andeuten. Bei einem Foto wird man ja sehr schnell verrückt gemacht mit sehr, sehr vielen Kanten und kleinen Falten. Das Schwierige ist eigentlich, die Falten plastisch auszuarbeiten, sprich, dass man sich auf diese Berge konzentriert und diese schönen geschwungenen Formen müssen möglichst gleichmäßig gestochen sein und dann eben sauber schneiden. Und weil da oft Diagonalen entstehen, also sprich, Diagonaler Verlauf zur Holzmaserung, ist es eben auch schwierig, diese Falten immer schön sauber zu schnitzen. Ich habe das hier bei den Knöpfen so gemacht, dass der Knopf leicht tiefer sitzt als die Jacke, ein bisschen umschnitzt und dann auch noch die Ränder der Jacke so leicht wellenförmig, dass man den Eindruck hat, es spannt sich von den Knöpfen weg, dass man auch eine Falte zu so einem zusammengesetzten Punkt hinführen kann, also sprich, wo der Knopf die Jacke verbindet, ein zusammengesetzter Punkt und dass man eine Falte da zum Beispiel hinziehen lässt oder zum Ellenbogen, also so Zugfalten, Staufalten und eben versuchen immer diese inneren Bereiche zwischen den Faltenbergen schön gleichmäßig zu ziehen und sauber zu schnitzen. Das fällt natürlich dann ins Auge, wenn sowas nicht gleichförmig geschnitzt ist. Ja, jetzt geht es hier ans Sauberschnitzen heran. Es passt eigentlich alles harmonisch zusammen. Das ist natürlich eine besondere Art und Weise. Wenn man es noch anders machen will, kann man diese Figur noch schlanker machen oder auch dicker gestalten. Man kann auch mal eine Figur mit einer 7er Kopfteilung schnitzen. Nicht jeder Mensch hat ja einen Kopf, der 8 Mal in den Körper passt. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, so etwas zu gestalten. Auf jeden Fall geht es jetzt hier ans Ende. Für mich war das eine schöne Arbeit, hat auch viel Spaß gemacht. Jetzt sieht man, dass ich da beim Auge noch etwas plastischer geworden bin. Das ist eben auch so das Spiel mit der Form, dass man es auch mal stehen lässt und dann später nochmal anguckt, was einem da eigentlich nicht gefällt. Dass man an einem anderen Tag mal frühestens in die Werkstatt kommt und denkt, Mensch, was habe ich hier eigentlich alles falsch gemacht? Das ist also auch sehr gut, dass man da nicht zu ungeduldig ist, sondern hier geht es auch viel um Geduld. Das ist eher so ein Marathonlauf, so eine Figur zu machen, dass man, man soll es nicht übertreiben, aber man muss auch mal die Ruhe sich gönnen und ja, da ziehe ich jetzt eben noch ein paar schärfere Akzente rein. So ist diese Figur dann fertig geworden. Ich denke, das war ein sehr schönes Projekt, hat viel Freude gemacht. Jetzt mit sauber geschnittenem Sockel noch ein paar schöne Fotos und so habe ich ihn dann abgeliefert. Es hat mich gefreut, dass du mit eingeschaltet hast. Super, dass du bis zum Ende mit durchgekommen bist. Wenn du es gut gefunden hast, kennst du das, gib mir gerne einen Daumen nach oben, darüber freue ich mich natürlich sehr. Hinterlass mir auch gerne einen Kommentar, wenn du noch Anregungen hast für weitere Videos, Fragen hast und das Video einfach reinschreiben. Kurzer Kommentar, hinterlass mir auch einen coolen Kommentar, dass ich natürlich auch Freude habe, das irgendwie zu lesen und mir anzuschauen. Das macht mir auch sehr viel Spaß, wenn da coole, schöne, nette Kommentare stehen, dann gerne unter das Video einfach reinschreiben und absenden. Ja, du kannst natürlich auch gerne teilen, wenn du sagst, das ist irgendwie cool und das bringt dich weiter und du findest es gut, teilst gerne in einer E-Mail, auf einer Plattform, die dir gefällt, Social Media, Facebook und so weiter. Da wirst du sicherlich irgendwo noch aktiv sein. Dann verlinke das gerne über diesen kleinen Knopf, wo eben diese Teilenfunktion unter dem Video noch zu finden ist. Ja, dann natürlich Kanal abonnieren, dass du immer hier zeitnah informiert wirst, wenn ich was Neues hochlade und tue auch die Glocke aktivieren, das muss man ja immer noch mit dazu sagen. Dann wirst du immer aktuell wirklich informiert. Genau, in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß mit deinen eigenen Figuren in dieser Advent- und Weihnachtszeit 2019. Guck auch gerne mal das letzte Video an, da ging es ja so ein bisschen persönlich um mich, falls du es nicht gesehen hast, gerne nochmal zurückschauen und das auch noch angucken. In diesem Sinne, viel Spaß mit deinen Arbeiten, mach's gut, wirst du wiedersehen und ciao.